Wie viele Tausend Zuschauer sind es schon gewesen? Jetzt 2850 Zuschauer in Mühlenhardt. Der Mühlenhardt muss jetzt zwei Tage das Geld erzielen. Die Hälfte bitte an den Kameramann. Die besten Bratwürste heute von Rumge wieder. Der Mühle. Der Mühle. Der Mühle. Der Mühle. Musik Hallo, 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 hallo. ... ... ... ... ... Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020